Ich möchte darauf hinweisen, dass heute Nacht eine sehr interessante Aktion stattgefunden hat, nämlich auf dem Fernsehturm gab es dem gesamten Turm entlang eine Laserprojektion, die besagte Free Pussy Riot und eine andere Projektion, die besagte Free Maria Leochina. Und es war sehr beeindruckend zu sehen, wir hatten keine Zweifel, dass Maria freigelassen wird, weil dieses Bild, stellt euch das vor, es gibt in Berlin den Fernsehturm und da steht Pussy Riot drauf, hat sehr überzeugend gewirkt, das sind die Nachrichten, die aktuellen von der heutigen Nacht eben. Gibt es da Bilder im Web von oder so? Ja, also die Bilder kann man sehen auf Infinite Cat, wenn man mich sucht und sich befreundet. Man sieht die Bilder auf Free Pussy Riot Germany. Ah ja, okay. Free Pussy Riot Germany, da könnt ihr die Bilder sehen von der nächtlichen Aktion, die da stattgefunden hat. Ich hatte heute Morgen mal kurz Gelegenheit, über die Bilder zu überfliegen. Es war also so eine blaue Leserschrift auf dem Turm angebracht, Free Pussy Riot. Also immer etwas, was sehr dekorativ ist und Aufsehen erringt.